Das Thema der Digitalisierung wird mit Sicherheit noch eine ganze Weile bleiben, weil da ist die Frage erstmal, wie definiere ich Digitalisierung, wie finde ich die Anwendung, das können Datenthemen sein, das können neue Technologien wie Artificial Intelligence sein, das können Automatisierungsthemen sein. Die Branche macht das eigentlich schon relativ lange und die Frage ist immer, wie kann man das in die Praxis umsetzen, wie kann man das einbinden, wie kann man solche Prozesse sauber automatisieren. Ich glaube, die Logistik ist da sehr gut aufgestellt, die ist da sehr innovativ. Ich habe einen guten Einblick auch in andere Branchen, die Logistik ist da schon relativ weit vorangeschritten.